Ferner. Ja, soviel in Serie wirft er nicht daneben. Jetzt mit 17 Zählern. Jackson lässt den Lieblingsfliegel und schießt an den nächsten rein. Fast kein Durchkommen, aber stelle Füße, toller Abstoß vor Graham Childress. Livingston gegen Ersek, hat da den großen Gegenspieler gegen sich. Aber Livingston, der dreht jetzt auf. Er ist ein guter Verteidiger und dann Bango auf der anderen Seite mit dem Mega-Squat. Monsterplay von Bango. Der letzte Angriff der Tübinger möglicherweise in diesem Spiel. Ab dann geht es nur noch über die Defense. Späheim. Späheim gegen Perry und Bastelblock vom Hohlen Klaassen. Schöner Pass. Wow. Super gespielt. Williams auf Yalo. Girl ist da auf Williams. Das ist doch mal ein klares Play. Aus Bonner Verteidigung müssen sie da bessere Wege finden, das zu verteidigen. So, Kennedy nimmt das an und macht das Ding. Wow. Den will ich von oben stopfen. Koblep ist von außen versucht und der Koblep, der trifft, wenn es sein muss. Einfach immer. Was für ein Ding. Was für ein Ding.